Guten Morgen am Tag zwei bei der Wanderung durch den bayerischen Wald, wir sind jetzt im Spiegelau und hier geht es zur Steinklamm, das ist eine wunderschöne Wanderung und die geht an der Klamm vorbei und ja, die schauen wir uns jetzt an, wandern wir durch und da der Tag heute etwas straff ist, möchte ich mal schauen, wie das mal alles funktioniert, bitte ein Video machen, aber gut, Mut ist wie immer und freue mich, euch mitzunehmen in die Steinklamm jetzt. Wir sind jetzt ein bisschen auf dem Pandurensteig, der Etappe 6 unterwegs gewesen hat vorne ja auch an einem Parkplatz angefangen und wir laufen jetzt nicht den Pandurensteig geradeaus durch, sondern gehen jetzt direkt hier runter in die Klamm. Da läuft man so ein bisschen, ja, einen kleinen Umweg oder einen Zusatz, aber die, ich muss gerade mal schauen, wo ich hindrehe, aber die, die Klamm soll wunderschön sein und ja, da bin ich jetzt echt gespannt, wie die wird. Und unser Ranger, der sagt, die Leute, die kommen extra nur wegen der Klamm hierher, also muss es ja schon was Besonderes sein. Musik 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 Ja, die Sonne kommt so ein bisschen raus. Hoffentlich bleibt sie so lange mehr erhalten. Ja, und ich muss jetzt sagen, der Wanderweg ist sehr schön. Also man muss über Stocksteine rüberhuschen. Natürlich sind die heute auch etwas platt, aber es ist echt schön. Und ich bin voll zufrieden mit dem Weg hier. Mal gucken, was weiterkommt. Musik Das Besondere hier auch in der Klamm ist, dass sie früher ihr Glas, also Altglas, was sie nicht gebraucht haben, nur in den Fluss entsorgt haben. Und über die Laufdiversion, da sind die Steine, diese Glassteine, einfach runtergespült worden und die werden auch praktisch die scharfen Kanten nachgemacht. Musik 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 Design Musik Musik Oh man, die habe ich gleich gesehen und hier rausgenommen und was da alles rauskommt, einfach mal auswaschen. Kimmel kann man da gut begeistern, dann wird man mit dem Siebchen her und dann hat man was. Guck euch das mal an. Jetzt einfach nur zwei Minuten geguckt. Echt klasse, oder? Also nächster Tipp, Blassteine aus der Klampe. Musik 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 Die Klangen, die haben wir jetzt hinter uns gelassen, ist so anderthalb Kilometer lang, aber wirklich wunderschön, danach ging es so, vielleicht fünf Minuten, ein bisschen bergan, gar nicht so schlimm und ja, jetzt geht es hier weiter, den wunderbaren Bayerischen Wald und es ist einfach klasse, schön. Ja, jetzt geht es auf den Panduren, steigt die Etappe 6 noch ein Stückchen weiter und genießt die frische Luft in den Wald. Musik Schön abwechslungsreich, manchmal geht es nach unten, nämlich jetzt und dann gibt es auch wieder mal kurze Passagen, die gehen schon ein bisschen steiler nach oben, aber es hält sich in Grenzen. Also fünf bis zehn Minuten, ein bisschen durchschnorgen und dann geht es aber wieder gleich wie jetzt hier bergab, ganz easy going und ich genieße die frische Luft nach dem Regen heute Nacht. Das ist das schöne Jahr im Herbst und ja, jetzt geht es weiter, jetzt kehren wir auch gleich vor ein, Mittagszeit, Vorzeit und dann wird erstmal fürs leibliche Wohl gesorgt, bevor es dann weitergeht. Der Pandurensteig der Etappe 6. Musik 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 In Grafenwitz sind wir jetzt angekommen, so gute 10 Kilometer, jetzt gibt es hier das Iheisel, da gibt es eine kleine Mahlzeit, eine Jausen sozusagen und danach geht es noch nach Grafenau durch die Stadt, da gibt es wohl noch ein Schnapp-Tabak-Museum und auch eine Vorreihebesichtigung, aber jetzt geht es erstmal zum Essen. Musik 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 Die Brotzeit im Iheisel ist zu Ende und es war wirklich bombastisch lecker, also Kleinigkeiten, der Orbatz da war mega einfach, hier hinten ist der Garten, weil da war ja heute so ein bisschen das Wetter schlecht, hat auch ganz kurz geregnet, als wir drinnen waren, also im Timing konnte es nicht besser sein bei der Wanderung. Musik 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 Aber es lohnt sich auf alle Fälle. Ich denke immer, wenn man eine kleine Gruppe ist, dann lohnt es sich richtig. Ansonsten soll es wahrscheinlich zu teuer sein, weil die dann halt schon für mehrere Leute das machen. Aber ich kann nur sagen, mega gut und lecker. Und es ist was Besonderes. Ihr habt ja gesehen, die Einrichtung, alles so liebevoll gestaltet. Und der Garten hier hinten, der ist bestimmt auch in der Sommerzeit einfach nur super. So, unser Tagesziel ist heute nicht mehr weit. Es geht nach Grafenau, ein Kilometer noch. Und da unten haben wir noch eine kleine Stadtführung. Und dann geht es nochmal zur Brauerei. Kleines Tasting machen und Besichtigung. Und dann ist der Tag auch schon vorbei. Geht glaube ich dann ins Hotel. Und ja, wir müssen noch was zu essen. Und dann rollt sich das Bett auf mich, weil ich dann auch ein bisschen müde bin. Und wieder ausschlafen werde für morgen. Also, dann laufen wir jetzt noch den letzten Kilometer runter in die Stadt. Der Pückel ist zum Regen. Also die letzten 500 Meter hat es jetzt angefangen zu schütten. Aber er hat mega Glück gehabt. Und die, ich weiß nicht, zwölf, 15 Kilometer, die wir jetzt gewandert sind, hat es nicht geregnet. Er sucht er natürlich hier für den Schmittmuseen und den Schmitttabak-Museen. Und da drinnen wir jetzt mal rein. Und wir freuen uns mal ein bisschen um. Hier in einem kleinen Ausstellungsraum gibt es ganz viele kleine Schmitttabak-Fläschlein. Die ausgestellt sind. Die werden alle münd geblasen. Die Gegend ist ja auch dafür bekannt, dass es Bleikristalle und sowas gibt. Aber das Beste, was ich fand, hier hängt das größte Schnupftabak-Fläschling der Welt. Na ja, mit Scheng ist da nicht mehr viel zu holen. Das ist ja schon eine große Flasche. Also, größer gut nicht mehr. Und es ist geblasene in der Freiheit von Pröschinger Glashütte am 17. Oktober 1998. So viel Zeit muss sein. Und jetzt geht's los. Machen wir das Museum durch. Der erste Nachweis vom Tabak-Schnupfen stammt von einem Mönch, von dem Rauch Harni. Der kam mit Kolumbus auf der zweiten Reise nach Halmti, damals das Harnola, und schreibt in einem Reiseführung. Also die Könige, wir würden vielleicht auch Schamanen das sagen, die schnupfen oder ziehen ein Kraut in die Nase. Das hat eine solche Kraft, das vernebelt den Verstand. Ja, dieses Nikotin, und ich denke auch, dass die den Rauch eingeatmet haben auch, das war damals so stark, dass die wohl hei waren. Und dann Fahm gesehen haben und haben gedacht, okay, wir sind bei den Göttern, dann beten wir eben um gute Ernten bei den Kriegen und so weiter. Kolumbus hat seine erste Reise die Blätter mal geschenkt, was das soll sein. Er hat gemerkt, das ist was, das sagen wir das. Aber er hat halt nicht gewusst, für was sie das benutzen. Aber beim Langlang kamen wir Seefahrer und haben dann gesagt, okay, die lauten das, und die kauen das, und die schnupfen das. Und vor allem, also die Indianer haben es für drei Leute, also sie haben für ihren Genuss, sie haben es für die Stühlequellen und vor allem für die Heilung. Also Tabak, wie gesagt, für gute Entzündungshämmen, sie haben es für Bauchschmerzen, Schnittwunden, Schlangenbisse, für alle möglichen Krankheiten, haben sie das benutzt? Oh, jetzt habe ich hier noch etwas entdeckt in der Ecke, der heute wahrscheinlich politisch nicht mehr kunstkorrekt. Fangen wir mal an, wer kennt denn diesen jungen Mann noch? Ich spoilere mal, der Franz Josef ist es nicht. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn du das erkennst, wer hier noch im Bundestag rumgeschnupftabackt hat. Ja, ich würde interessieren, wer das noch weiß. Aber ausgültig zum Schnupfen. Aber auf einem Loch kann er nicht stehen. Ja, ich würde interessieren, wer will das Video machen. Wann? Wann sie mich auch so vom Lüftbestand? Ah. Oh, ich will. Ja, dann ist es schlecht. Dankeschön. Brauche ich wieder für die Reste hier zum Zaubermachen. Aber ich fand... War sehr gut. Nase ist frei, Herr Dabend. Ja. Die Nase ist jetzt frei nach dem Schlupftabakmuseum. Und jetzt gehen wir noch hier zu Bucher. Wie heißt es so schön? Ich bin Schlup Kormat. Und wir werden mal einen Schlup nehmen und uns mal die Brauerei anschauen. Bin ich mal gespannt, was es jetzt gibt. Auf die Verkostung auf alle Fälle mal gespannt. Genau. Na, da möchte ich jetzt die Brauerei Rappenauflücher begrüßen. Es wartet, ob sich das Vorkenntnisse hat zum Bereich Brauerei, Giproduktion, Genre... Konsumentenerfahrung. Konsumentenerfahrung. Das ist schon mal nicht schlecht. Und auch... Während dem ganzen Brauprozess ist es ein sehr energieaufwendiger Prozess, der, wo man da durchlaufen kann, gerade in der heiligen Zeit mit den Energiekosten, die war ja irgendwo auf jede Firma sich zu Buche schlagen, eine Wirtschaftlichkeit hat dazu, mit Nachhaltigkeit, wenn man so spekuliert, muss man irgendwo schauen, wo man die Energie auch wieder rückgewöhnen kann. Man kann nicht einfach alles durch den Schornstein. Ob es was dampft, bei jeder Firma, ob es an den Schornstein dampft, ist verlorene Energie. Das geht zum interessanten Teil und... Ja, ein bisschen steigen. Ein, 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 zwei, das ist mehr wichtig, ne? Dann schauen wir mal in Richtung... Richtung Tja. Und zum Fünferstrung kommen wir rein und ich wieder auf den Kriegsschuhen, in Geschicksschuhen, also... Hörst du? Hörst du? Hörst du? Hörst du? Die Pandurensteigetappe 6 führte unsere kleine Wandergruppe St. Naturpark Ranger von Spiegelau nicht bis nach Perlesreuth, sondern wir beendeten unsere Tour bereits in Grafenau. Am Start in Grafenau führte ich die Etappe 6 normalerweise oberhalb der wildromantischen Steinklamm vorbei. Jedoch wir nahmen den kleinen Abstieg in Kauf und bereuten es nicht. Wir kamen leider etwas spät in Grafenau an. Nach der Tour durch das Schnupftabakmuseum und der Brauereibesichtigung ging es zu unserer Unterkunft. Morgen früh geht es weiter auf der Etappe 7 des Pandurensteigs, von Perlesreuth bis nach Fürstenecken. Zum Startpunkt am Marktplatz Perlesreuth nehmen wir einen Chauffeur. Die Abenteuer der Wanderung kannst du im nächsten Video sehen. Das war die Etappe 6 des Pandurensteigs. Die Links zu den und den anderen Blogpost findest du in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.